liebe freunde der großen und kleinen bahn ja wir hatten ja am letzten freitag habe ich euch ja die bahn in der scheune vorgestellt und da gab es also erst mal den ersten teil die weitere teile kommen ja noch und wir hatten da so ein kleines quiz wir hatten da so ein bild also dieses bild hatten wir und ich habe gefragt ob jemand hier auf dem bild den fehler erkennt und wir hatten zahlreiche antworten und die meisten davon waren richtig allerdings muss ich jetzt ein kleines bisschen einschränken es geht natürlich hier bei einem feldweg um die fahrspuren und das gras zwischen den fahrspuren das ist so ein klassiker was der modellbahner gerne macht weil er das so im vorbild sieht wir sind aber hier in der epoche 2 und als ich das video gemacht habe deshalb muss ich jetzt ein ganz kleines bisschen einschränken als ich das video gemacht habe war ich gedanklich immer noch da wo wir eigentlich immer sind im fremo als zumindest in der epoche 2 nämlich im jahr 1928 die anlage hier spielt aber fast zehn jahre später da gibt es natürlich deutlich mehr traktoren als im jahr 1928 aber naja aus meiner sicht immer noch nicht genug damit sich sowas bildet zumal wir sind ja hier in baden im schwarzwald und die schwarzwälder mögen jetzt bitte verzeihen wenn ich jetzt folgenden satz sage das ist jetzt nicht unbedingt eine gegend die jetzt für den herausragenden technischen fortschritt bekannt ist also das ist auch bei mir in sachsen so also im erzgebirge ist da sicher auch nicht der technische fortschritt fürchterlich vorangeschritten und da gab es sicher ähnliches wie entsteht so ein weg der weg entsteht wenn wenn viele motorisierte fahrzeuge da lang fahren und diese spuren bilden und in der mitte passiert quasi nichts deshalb wächst da genauso wie links und rechts das gras naja wer mit fahrrad oder mit motorrad fährt da wird sich dann wahrscheinlich für eine von den beiden spuren entscheiden je nachdem die die etwas weniger halbrich ist es sei denn es kommt was entgegen dann fährt man natürlich nach rechts zu dieser zeit also wie gesagt das ist so eine sache die der modellbahner so im kopf hat und eben baut zu dieser zeit waren aber die meisten fahrzeuge mit pferd unterwegs das heißt das sind pferdwagen lang gefahren die zum beispiel die ernte eingebracht haben oder die von ort zu ort gefahren sind warum auch immer und da sorgen die hufe der pferde dafür die ja in der mitte sind also wenn dann ein pferd davor ist was das sicher meistens der fall ist dass in der mitte des weges kein gras wächst und das ist quasi der fehler also ich möchte die die es rausgift die es gewusst haben möchte ich hiermit beglückwünschen es waren wirklich viele antworten hat mich eigentlich erstaunt dass das so ja weil ich habe den fehler auch schon gemacht ich habe also auch schon so einen weg angelegt mit groß in der mitte aber man lernt halt dazu ja und alle anderen haben eben dazugelernt ja in dem sinne freuen wir uns auf die nächste folge die wird dann erst mit der veröffentlichung heute na also da ist jetzt nicht so fürchterlich langes video ist machen wir das mal als mittwochs video wird dann nicht jetzt am freitag kommen da kommt was anderes das lassen wir uns überraschen was da kommt und das geht also nächste woche freitag kommt dann versprochen der zweite teil und diesmal ohne quiz ja in dem sinne ich wünsche euch noch einen schönen abend macht was draus abendet